Die Tele-Club-Action-Highlights im Dezember mit den besten Hollywood-Stars. Tom Cruise. Ich arbeite für die CIA. Er schießt die Gringos! Und Pablo Escobar. Das klingt verdammt erfunden, Barry. Könntest du versuchen, dieses Mal nicht wieder so ein schlimmes Chaos anzurichten? Gleich wird es laut. Bereit machen wir einen Schlag. Wir wollen, dass sie den sowjetischen Spion, der gefasst wurde, verteidigen. Ich will Ihnen nicht auf die Nerven gehen, aber ich kann das nicht. Ich kann sie unmöglich durch die Gegend fahren, während sie die Leute umbringen. Das ist nicht mein Start. Wenn die Welt von deinen Fähigkeiten erfährt, wird das alles ändern. Henry Cavill. Ich glaube immer noch an Batman. Auch wenn sie es nicht tun. Christian Bale. Und ein Star-Ensemble voller großer Namen. Wie heißt du? Jack Go. Dann bist du genau der Mann, nach dem ich suche. Ihr habt mich nie gesehen. Nur im Dezember auf Tele-Club-Action.